Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, was es beim Rückschnitt der Harlekinweide zu beachten gibt, wann der Rückschnitt erfolgen sollte und vor allem, wie viel man zurückschneiden darf. Wenn auch euch das interessiert, dann bleibt gern dran, denn das erfahrt ihr jetzt. Wie ist die Rückschnitt der Harlekinweide? Im Februar, noch vor der Wachstumsphase, durchgeführt werden sollte. In diesem Video soll es um den Rückschnitt im Februar gehen. Dazu sollte man sich einen frostfreien und bedeckten Tag aussuchen. Auch eine scharfe Gartenschere ist ein Vorteil, denn das schont die Schnittstellen. Zum Rückschnitt selbst ist zu sagen, dass wir relativ viel zurückschneiden werden. Von den Ästen werden am Ende ca. 10-15 cm stehen gelassen. Das entspricht in etwa 4-5 Augen. Und idealerweise sollte auch immer direkt über einem Auge der Rückschnitt erfolgen. Totes Holz, wie hier zu sehen, kann in diesem Zuge auch gleich mit entfernt werden. Dann starten wir nun mit dem Rückschnitt. Ich nehme mir nun Ast für Ast vor und kürze die Zweige wie eben beschrieben ein. Da die Harlekinweide sehr wuchsfreudig ist, müsst ihr hier wirklich nicht zimperlich sein, denn sie wächst wieder sehr schnell nach. Schneidet man nämlich die Harlekinweide nicht so kräftig zurück, verkreist sie im Inneren. Durch den starken Rückschnitt kommt die Pflanze jedes Jahr mit jungen Trieben und einer sehr schönen Ausfärbung. So, ich werde mich jetzt hier einmal durchkämpfen und zeige euch gleich, was von dem Bäumchen noch übrig bleibt. Wenn ihr, wie schon erwähnt, zwischendurch totes Holz entdeckt, dann könnt ihr das gleich mit herausschneiden. Ja, und so sieht das Stämmchen nun aus. Es sollte am Ende ungefähr eine Handballgröße überbleiben. Und jetzt kann die Harlekinweide wieder schön kräftig austreiben und buschig wachsen. Hier seht ihr nochmal den kompletten Rückschnitt. Und ja, es ist wirklich einiges heruntergekommen. Und wenn auch ihr, wie ich, eine Harlekinweide als Stämmchen und nicht als Busch habt, dann geht auch gleich einmal das Stämmchen ab, ob hier eventuell kleine Triebe vorhanden sind. Bei mir ist dies aktuell nicht der Fall, aber wenn ihr welche haben solltet, dann schneidet diese so nah wie möglich am Stamm ab. Damit wären wir nun am Ende dieses Videos. Ich hoffe, eure Harlekinweide blüht in ein paar Monaten auch wieder so schön. Und für alle, die es interessiert, wie der Pflegeschnitt im Juni durchzuführen ist und was es da zu beachten gibt, die sollten unbedingt meinen Kanal abonnieren und die Glocke betätigen, damit sie das nächste Video nicht verpassen. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin!